Freunde, bevor dieses Video startet, hört zu! Junge, lass mich ausreden, du wohnsinn! Hahaha, willkommen bei... Nein, Spaß, ich bin's, Froschtrololo! Okay, Leute, ich danke euch für all eure Kommentare, vor allem diese... Aber egal, egal, kollager, egal, egal, legal, 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 okay, aber egal, legal, legal. Legende, Frosch, Legende, Frosch, Legende, junge, kranke, Legende, wirklich, YouTube-Legende. H.S. und vieles mehr. Und apropos, bin jetzt auf dem Meer und baue mir eine Waffe und töte Taddeos, den Nuka-Haha, bin der Beste. Ich hab toll für die Löwe! Hier mache ich Beine, du Hurensohn! Ich konnte nichts verstehen, dass ich mir so laut in die Hose geschissen hab. Hurensohn! Okay, klar, aber egal, ich baue jetzt ein Lagerregal. Nicht. Loll, Leute, ich wusste gar nicht, dass in diesem Blöcke Spiel Frösche gibt. Naja, es darf nur einen Gigad Shit geben. Nehme Gommermud, so wie in den Oldschool-Zeiten. Und töte alle, ha-ha-ha-ha. Ja,ăă-juh-juh-juh-nöööö? ... Okay, liebe Leute, wie sagt man so schön, alles hat ein Ende Gelände außer die Illuminatis, aber die sind eigentlich ekeler, weil sie noch nie ein Lagerregal aufgebaut haben. Und das ist sehr wichtig. Naja, wenn ihr Abo, Like und so machen wollt, macht doch, wäre voll cool, aber ekeler, lol, ekeler. Okay, tschüss.